Eure Feste erwartet euch. Meine Hauptstreitkraft ist auf halbem Weg durch das Land, um zu euch zu stoßen. Haltet ihn auf, bis ich ankomme. Ich will ihn persönlich in Stücke reißen. Einige meiner Männer sind in der Nähe. Ich werde sie zu euch senden. Sie sollen an dem Vergnügen teilhaben. Die neue Burg der Schlange liegt in einem Tal gegenüber der alten Burg. Wir haben seine alte Festung bereits besetzt. Baut sie aus, bis ihr stark genug seid, um die letzte Burg der Schlange zu belagern und ihn endgültig auszulöschen. Solltet ihr Erfolg haben, zieht sofort wieder ab. Denn wir haben nicht annähernd genug Männer, um der Hauptarmee des Wolfs entgegenzutreten. Bildet einige Baumeister aus, um die benötigten Belagerungswaffen errichten zu können. Was gibt's? Den ganzen Weg? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ein Bär greift die Siedlung an. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittelvorräte schwindeln dahin, euer Gnaden. Da ist nur noch. Der Schatzkammer ist wichtig. Unvermögliche. Die Schatzkammer. Gnaden. Gnaden. Vommer. Buss für den Schatzkammer. Einezu. Nein. Das ist eine Schlange. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hörr! Rücken aus! Ja? Und Marsch! Arthang! Arthang! Wir benötigen Gold. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Drei Befehle! Drei Befehle! Drei Befehle! Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Euer Gnaden. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Die Truppen des Schweins greifen an. Euer Gnaden. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Die haben keine Chance. Was wünscht ihr? Ja, die sind so gut wie tot. Wir haben nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Wir haben nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Achtung! Wie können wir helfen? Ein guter Marsch. Ein guter Marsch. Ein guter Marsch. Euer Gnaden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Unser Werkzeug ist bereit. Gebt uns eine Aufgabe. Auf dem Wind. Euer Gnaden. Und los! Ein guter Marsch. Achtung! Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Rücke aus! Irgendwweise. Rücke aus dem Weg zur Unwahrung. Der Herr Stumpf ist ein Grund. Der Herr Stumpf bestätigt. Ein guter Marsch. Der Herr Stumpf ist im Rock. Seht mit dem Weg zur Bringen. Mit dem Weg ist er湮ige. Die Truppen des Schweins greifen an. Waffen geschultert nach. Kurzer Prozess. Was gibt's? Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Die haben keine Shops! Die sind so gut wie tot. Bewegt euch, Hunde! Ja, Herr? Ja? Bewegung! Na los! Manchmal hilft nur Muskelkraft. O Estadosolan. Oh. 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 Oh! Achtung! Bereits, eure Lordschaft! So gut wie tot! Vorwärts! Der Feind befindet sich in der dem Lord zu Leibe. Achtung! Bin zur Stelle! Eine Botschaft des Schweins. Bald werdet ihr zu Schweinefutter! Mein Bogen ist euer! Ein weiter Weg! Das Vorratslager ist voll, mein Lord! Wie können wir helfen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord! Euer Gnaden! Konstruieren Belagerungsgeräte! Konstruieren Belagerungsgeräte! Konstruieren Belagerungsgeräte! Das soll konstruiert werden! Ziel ist notiert! Wir machen uns auf! Auf dem Weg! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Wir benötigen Gold! Das Vorratslager ist voll, mein Lord! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Diese Steuern sind ungerecht! Doppelte Rationen! Großartig! Die Truppen des Schweins greifen an! Der Feind hat die Mauern eingerannt! Doppelte Rationen! Mein Herr? Was? Das war's. Wir benötigen Gold. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wir benötigen Steine. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wir benötigen Steine. 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 Musik Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Musik Es werden Rekruten benötigt, Sire. Musik 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 So gut wie erledigt. Der Feind hat die Mauer eingehandt. Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wir benötigen Steine. So gut wie erledigt. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeisterflug ist. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was wünscht ihr? Wir konstruieren Belagerungsgeräte. Wir benötigen Steine. Wir geben unser Bestes. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Katapult bereit, Milo. Eure Befehle? Katapult bereit, Milo. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Das ist leider nicht möglich. In Bewegung. Ich kann nicht anvisieren. Im Laufschritt. Und Marsch. Ich kann nicht anvisieren. Vorwärts. Im Laufschritt. Rücke aus. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, Milo. Sehr wohl, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Truppen des Schweins greifen an. Zur Stelle. Ja, Rücken aus. Bogen schützen bereit. Auf ins Getümmel. Unsere Werkzeuge ist Lagerungsgeräte bemannt. Sehr wohl, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Benötig. Das war's für heute. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Sehr wohl, Sire. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Normale Rationen. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Sehr wohl, Sire. Achtung! Rekruten benötigt, Sire. Eure Beliebtheit sinkt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Extra-Rationen. Extra-Rationen. Achtung! Röcke aus! Rück aus! Rück aus! Rück aus! Rück aus! Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Die Truppen des Schweins greifen an. Eure Beliebtheit steigt. Achtung! Und los! Rück aus! Rekruten Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir benötigen Gold. Ja, Sire. Den ganzen Weg, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Achtung! Ja, Herr! Ja, Herr! Achtung! Sire! Waffen geschultert! Waffen geschultert! Bereits, eure Lordschaft! Rück aus! Euer Gnaden? Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Gebt uns eine Aufgabe, ein guter Marsch! Wir benötigen Gold. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ja, Herr! Es werden Waffen genötigt, Sire. Na, endlich! Den ganzen Weg! Unserer Schatzkammer leert sich. Ich kann das nicht bezahlen. Doppelte Rationen. Großartig! Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Truppen des Schweins greifen an. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. So schnell ich kann, Sire. So schnell ich kann, Sire! Sofort, mein Herr! Natürlich! So schnell ich kann, Sire! Ich komme nicht dorthin! Sofort, mein Herr! An den Wald! Leitern bereit! Zur Stelle! Und Marsch! Rück aus! Was gibt's? Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! 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 Tom, sie sind Geschichte. Ladet nach. Eine Botschaft der Schlange. Hatt ihr auch diese Schritte? Gefahr der Tod ist auf den Weg zu hauen. Sire! Katapult bereit. So gut wie er lebt. Waffen geschultert. Ladet. Eine Botschaft der Schlange. Was? Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen. Bereits, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit sinkt. Ich kann nicht anvisieren. Vorwärts! Kurzer Prozess. Im Laufschritt. So gut wie tot. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Zur Stelle. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Feuer! Achtung! Ich kann nicht anvisieren. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ich kann nicht anvisieren. Und jetzt? Ich kann nicht anvisieren. Und jetzt? Ich kann nicht anvisieren. Wenn wir auf dem Weg seien. Und jetzt? Ich kann nicht anvisieren. Wir müssen, wenn wir auf dem Weg machen. Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Und los! Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ladet nach! Ja! Sire! Waffen geschultert! Bereits, eure Lordschaft! Kurzer Prozess! So gut wie tot! Und? Eine Botschaft der Schlange! Ich muss zugeben, die Lage ist, äh, nun ja! Die Waffenkammer ist voll, mein Lord! Eine Botschaft der Schlange! Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Und? Ihr seid zu gütig, mein Lord! Ihr verwöhnt uns, mein Lord! Der Kornspeicher ist leer, Sire! Normale Rationen! Die Waffenkammer ist voll, mein Lord! Die Waffenkammer ist voll, mein Lord! Doppelte Rationen! Doppelte Rationen! Großartig! Unsere Schatzkammer leert sich! Das Vorratslager ist voll, mein Lord! Die Waffenkammer Unsere Schatzkammer leert sich... Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Das Vorratslager ist voll, Mylord. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Katapult bereit, Mylord. Die Truppen des Schweins greifen an. Darfst noch etwas, Rinser? Ihr zuerst. Muuu. Katapult bereit, Mylord. Die ist schon halb verwesst. Katapult bereit, Mylord. Bloß weg damit. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Mylord. Katapult bereit, Mylord. Katapult bereit, Mylord. Katapult bereit, Mylord. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Katapult bereit, Mylord. Aufst Kupen. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Meilung! Katapult wird bewegt! So gut wie erledigt! Katapult bereit, Meilung! So gut wie erledigt! Das Vorratslager ist voll, Meilung! Katapult bereit, Meilung! Der Tod schreckt mich nicht! Die Waffenkammer ist voll, Meilung! Denen ist nicht zu Spaß! Katapult bereit, Meilung! Ob das klug ist? Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Das Vorratslager ist voll, Meilung! Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Ja, Herr! Katapult bereit, Meilung! Die Truppen des Schweins greifen an! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire! Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Manchmal hilft nur Muskelkraft! Wir haben keine Chance! Den ganzen Weg! Das Vorratslager ist voll, Meilung! Die Waffenkammer ist voll, Meilung! Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot. Auf ins Getümmel! Den ganzen Weg! Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Katapult bereit, Milord. So gut wie erledigt. Die Waffenkammer ist voll, Milord. Na endlich! So gut wie erledigt. Was gibt's? Ja, hör! Hühnerfutter! Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Die sind so gut wie tot. Das Vorratslager ist voll, Milord. Streitkolben hoch! Eine Botschaft der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Die Leute verlassen die Burg. Die Waffenkammer ist voll, Milord. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Sieg! Kaum liegt die blutige Leiche der Schlange zu euren Füßen, sammelt ihr schnell eure Männer und ergreift die Flucht, ehe euch der Wolf erwischen kann. Das Mädchen, A. Das könnte nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020